Ja gut, den Abend allerseits beim MTV Newsmag. Da hab ich schon mal zwei Tage frei und was ist? Ich lieg krank im Bett. Mann ey, mein Körper. Echt ein Arschloch. Naja, hier sind die Themen. Heute im MTV Newsmag verbunden. Linkin Park beglücken ihre Fans beim Tourstart. Verkündet, die Echo-Nominierungen stehen fest und verwackelt. Die Premiere des neuen Hype-Films Cloverfield. Los geht's also mit Linkin Park. Unfassbar, wie groß die gegenseitige Liebe zwischen dieser Band und ihren Fans ist. Nummer 1 immer bei THL, bei den THL-Jahresschats. Kein Wunder also, dass die Tour komplett ausverkauft ist. Gestern ging's los in Hannover und die Leute, die da waren und ein Ticket hatten, die waren vollkommen aus dem Häuschen. Linkin Park haben gestern in Hannover ihre Deutschland-Tour gestartet. Und damit sehr, sehr viele Fans sehr, sehr glücklich gemacht. Bereits Wochen vorher wurde in Internetforen über das Großereignis diskutiert. Kein Wunder eigentlich, haben Linkin Park doch den Ruf, die treuesten Anhänger im Musikbist zu haben. Die Jungs sind einfach super. Weil es eine coole Band ist und ich denke mal, sie machen eine gute Show. Total genial. Und natürlich enttäuschten Linkin Park ihre Fans auf der Bühne nicht. Ab dem ersten Song brannte die Luft. Doch die Jungs von Linkin Park tun noch sehr viel mehr für ihre treuen Fans, als tolle Shows abzuliefern. Vor nahezu jedem Konzert gibt es die Möglichkeit für ein Meet & Greet mit der Band. Wir haben vor langer Zeit die Entscheidung getroffen, vielen unserer Fans die Möglichkeit zu so einer Erfahrung zu geben. Viele Bands, die sehr beschäftigt sind, die eine Menge Alben verkauft haben, die viel touren und eine große Fanbase haben, machen keine Meet & Greets. Bei ihnen gibt es keine direkte Fan-Interaktion. Für uns ist es wirklich toll und wichtig, nicht nur mit den Fans in Kontakt zu kommen, wenn sie bei unseren Konzerten sind, sondern mit ihnen in Verbindung zu bleiben und zu sehen, wer die Fans wirklich sind. Und um die sehr spezielle Fanbeziehung auch weiterhin auszubauen, lassen sich die Herren um Mike Shinoda immer wieder neue Specials einfallen. Wir haben ein tolles neues Programm, das sich Souvenir Package nennt. Jeder, der sich online ein Linkin Park Ticket für eine Show bestellt, kann sich zusätzlich auch eine Live-CD dieser Show bestellen. Und das funktioniert so. Du gehst erst auf das Konzert und nach dem Konzert bekommst du einen Link zugeschickt, wo du dir das Audio-File des Konzertes, das du eben gesehen hast, downloaden kannst. Jeden Song. Und wer sich dann doch gegen die Live-CD entscheiden sollte, dem bleibt immer noch die Erinnerung an ein fulminantes Konzerterlebnis. Neben all den Serviceleistungen für ihre Fans sind Linkin Park nämlich vor allem eins, eine fantastische Live-Band. Und wer sich dann doch gegen die Live-CD entscheiden sollte, dem bleibt immer noch die Erinnerung an ein fulminantes Konzertes. Und wer sich dann doch gegen die Erinnerung an ein fulminantes Konzertes. Und wer sich dann doch gegen die Erinnerung an ein fulminantes Konzertes. Und wer sich dann doch gegen die Erinnerung an ein fulminantes Konzertes. Und wer sich dann doch gegen die Erinnerung an ein fulminantes Konzertes. Und wer sich dann doch gegen die Erinnerung an ein fulminantes Konzertes.